Jo Freunde, was geht ab? Ausjah von Shisha.de. Willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Wir sprechen heute über 5 Probleme, die beim Shisha-Rauchen auftreten können. Ich denke, da ist für jeden was dabei, egal ob Abfänger oder Profi. Bleibt auf jeden Fall dran, nach dem Intro geht's los. Fangen wir bei Problem Nummer 5 an. Eines der meisten Probleme, die ich höre, ist, wie viel Wasser kommt ins Gas. Also so wie hier das jetzt ist, ist das Tauchwort circa 2 cm im Wasser. In der Regel sagt man zwei Fingerbreit, so könnt ihr euch so ein kleines Hilfsmaß nehmen. Ansonsten ist es 1,5 bis 2 cm. Heutzutage ist es jedoch auch wie bei hier, dass ihr einen Diffusor am Tauchwort habt. Dieser Diffusor ist meistens abschraubbar. Das heißt, wenn ihr ihn abschraubt, ist es zwar schwer, noch den Wasserstamm dadurch zu messen, aber dann nehmt ihr einfach 2 cm, habt ihr diesen Diffusor dran. Dann muss eigentlich nur der Diffusor unter Wasser sein. Sobald das der Fall ist, habt ihr so den optimalen Wasserstand. Es gibt aber auch Leute, die machen extra ein bisschen mehr Wasser rein, damit sie den Durchzug einfach ein bisschen schwerer machen. Also es gibt Leute, die wollen das nicht, dass es zu frei ist, so wie Atmen. Dann machen sie ein paar Zentimeter über dem Tauchrohr, also über dem Diffusor nochmal, damit es ein bisschen schwerer wird. Mehr Wasser schadet auf jeden Fall nicht. Aber weniger Wasser, wenn ihr zu wenig habt und das Tauchrohr gerade so ein bisschen bedeckt wird, dann merkt ihr das beim Rauchen. Also wenn du blubberst das Wasser so gut wie gar nicht mehr und dann zieht ihr nur noch den Tabak direkt in eure Lunge rein, ohne ihn im Wasser zu filtern. Das blubberst nicht, es wird zu stark, es wird auch zu heiß hier oben. Das heißt, zu wenig Wasser könnt ihr vergessen. Zu viel Wasser ist in Ordnung. Optimal wäre der Diffusor im Wasser oder 1,5 bis 2 cm. Problem Nummer 4, der Kopfbau. Zum Kopfbau könnte man euch ein ganzes Buch schreiben. Da gibt es nicht so diese eine Lösung für alles. Da gibt es wirklich sehr viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Ich versuche jetzt einfach mal, so allgemein wie möglich zusammenzufassen, was man beim Kopfbau zu beachten hat. Und das ist für die Masse der Leute, wie sie raucht. Also ich gehe jetzt nicht von speziellen Köpfen, wie jetzt irgendwelche besonderen Funnels oder Kalout, Smokeboxen und so weiter. Die Mehrheit raucht immer noch mit Kamin und Steinkopf. Auch wenn es viele nicht glauben, das sind wirklich von den Zahlen her, dass am meisten verkauft wird, immer noch und was einfach die Mehrheit benutzt. Gerade auch Shisha-Bars. Also Shisha-Bars, die seht ihr sehr selten mit einer Smokebox. Deswegen, ich halte euch jetzt mal ganz allgemein. Also bei einem Virginia-Tabak, so wie massiv und Holzer und so weiter, also die sind ja alles Virginia-Gold-Tabak, die nicht zu stark sind und so weiter. Und einen Steinkopf nehmt, macht ihr den Kopfbau bis zum Rand, vielleicht leicht drüber, nicht zu wenig, weil ihr dann einfach zu viel Hitze braucht. Da braucht ihr viel mehr Kohle, dann habt ihr nicht so den Geschmack, finde ich, wie ein normal gefüllter Kopf. Deswegen bis zum Rand, leicht drüber, wenn ihr genug Abstand mit dem Aufsatz im Kopf habt. Nicht drücken und auch nicht zu viele Lücken im Kopfbau lassen. Das heißt, ihr macht den Kopf schön voll, geachtet auf die Lücken, dass die auch alle gestoppt sind. Maximal in der Mitte des Lochs könnt ihr so ein bisschen freikratzen, damit ihr einfach nur ein bisschen mehr Durchdruck habt. Aber generell, baut nicht zu wenig, baut nicht zu viel. Nicht drücken und bis zum Rand. Und macht dann im Setup, mit dem Kaminaufsatz, drei Kohlen, am Anfang ein bisschen mehr in die Mitte zum Anrauchen. Und wenn ihr dann denkt, okay, das ist jetzt genug Rauch, schiebt ihr die Kohlen nach außen. Oder ihr macht zwei in die Mitte, macht eine nach außen oder zwei nach außen, eine in die Mitte. Das ist wirklich Geschmackssache und für Kopfbau zu Kopfbau unabhängig. Dieser Kopfbau, den ich gerade gesagt habe, ist so der allgemeine Kopfbau, den man immer nutzen kann und du eigentlich so gut wie nie etwas damit falsch machst. Kommen wir zu Platz Nummer drei. Das zählt eigentlich auch noch zum Kopfbau. Und zwar der Kopf kratzt oder er drückt. Und das ist ein Problem, was wirklich tagtäglich auch immer wieder vorkommt, wo ich immer wieder Fragen dazu kriege. Es gibt verschiedene Meinungen dazu, wie man das Ganze löst. Ich sage euch jetzt mal meine eigene Meinung dazu. Wenn der Kopf generell kratzig ist, das heißt, er raucht und es fühlt sich sehr kratzig im Hals an und so weiter, da liegt das meistens daran, dass der Kopf zu heiß geworden ist. Oder der Tabak ist generell einfach schlecht. Das heißt, er ist zu trocken, er ist schon alt, er ist nicht mehr genug Glycerin und so weiter drin. Dann kann es auch vorkommen, dass der Kopf einfach kratzig wird. Viele glauben immer, es liegt an der Shisha, aber an der Shisha hat das meistens gar nichts zu tun. Also generell, der ganze Kopfbau, wenn man eine Shisha raucht und man sagt, es ist wenig raucht und so weiter, dann hat das nichts mit der Shisha zu tun, solange sie dicht ist. Wenn die Shisha dicht ist, könnt ihr egal welche Pfeife nehmen, es wird immer rauchen. Es liegt alles immer nur hier oben am Kopfbau. Wie baut ihr den Kopf, was für einen Kopf habt ihr und vor allem, wie viel Kohle benutzt ihr. Und bei Kratzen ist das so, wenn es kratzt, nehmt ihr am besten mal eine Kohle runter und dann pusht ihr auch mal durch. Lässt den alten Rauch raus, gibt ihm ein bisschen weniger Hitze und dann raucht ihr einfach mal. Und dann sollte es eigentlich wieder klappen. Falls das nicht klappen sollte, dann liegt es einfach nur am Tabak. Dann würde ich einfach mal einen anderen Tabak probieren, eine andere Marke probieren, denn da könnt ihr nicht mehr viel machen, wenn der Tabak an sich schon alt ist, vielleicht offen stand und wie gesagt sehr trocken geworden ist. Also könnt ihr gleich mit Gezirien nachhelfen, aber der Geschmack geht dadurch ein bisschen flöten. Wenn der Kopf dagegen drückt, gibt es eine andere Möglichkeit. Also meiner Meinung nach, das ist jetzt der Punkt, wo sich viele Antworten unterscheiden. Für mich, für mein Empfinden, wenn der Kopf drückt, dann liegt das daran, dass ihr ihm mehr Hitze geben müsst. Viele sagen, beim Kopf drücken, müsst ihr die Kohle runternehmen und dann weiter rauchen. Aber dann ist das für mich eigentlich keine Lösung, weil es drückt meistens immer noch oder es raucht dann nicht mehr. Aber wenn ihr mal probiert, und das ist gerade bei Dark Blend Tabak so, vor allem bei Dark Side, habe ich das auch zu Hause schon sehr oft selber bemerkt, wenn der Kopf anfängt zu drücken, gibst du ihm einfach mal richtig viel Hitze. Also nicht jetzt fünf Kohlen draufklatschen und dann zieht ihr den komplett durch und dann brennt den. Nein, so soll das natürlich nicht sein. Aber ihr habt es wahrscheinlich schon mal selber gemerkt. Wenn ein Kopf drückt und ihr dann so 10, 15, 20 Minuten geraucht habt, gewöhnt ihr euch langsam dran und drückt auf einmal nicht mehr. Das heißt, der Tabak hat eine Temperatur erreicht, wo es einfach angenehm wurde und er nicht mehr drückt. Das heißt für mich auch, privat mache ich das immer, wenn ein Kopf anfängt zu drücken, gebe ich ihm mehr Hitze, ziehe ein, zwei, drei Mal feste Züge hoch, atme aus und dann geht es in der Regel. Ihr könnt auch probieren, ein bisschen durchzupusten, wieder ziehen, durchzupusten, wieder ziehen und so weiter. Dann löst das auch oft das Problem. Oder ihr nehmt einfach den Aufsatz mal komplett runter, zieht den alten Rauch, komplett aus der Baul raus, komplett rauslassen, dann den Kopf wieder draufsetzen und neu anfangen zu ziehen. Aber in der Regel, wenn er stark genug zieht mit genug Hitze, gebringt ihr ihn auf Hochtouren und dann drückt er nicht mehr. Oft ist das wirklich einfach nur so, weil er noch zu kalt ist oder einfach nicht auf diese bestimmte Temperatur gekommen ist, dass der Kopf drückt. Viele sagen, wie gesagt, Kohle runter, ein bisschen weniger Hitze geben, aber für mich ist das nicht die Lösung. Probiert es mal so aus und sagt mir, ob es geklappt hat bei euch. Probleme Nummer 2 beim Shisha rauchen. Das ist auch eines der größten Probleme, die man meistens hat und zwar der Kopf schmeckt nicht oder er schmeckt verbrannt. Jeder war mal in der Shisha-Bar und hat dem Kellner gesagt oder demjenigen, der dort arbeitet, mein Kopf schmeckt nicht oder es drückt, es kratzt, er schmeckt verbrannt. Was machen die Shisha-Bar-Kollegen? Jeder weiß es. Die nehmen euren Schlauch, haben die Zange ja schon immer in der Hand, so griffbereit, schlagen dann ein bisschen so durch die Gegend. Nehmen Schlauch in der Hand, machen so. Und sagt, ihr bitteschön, jetzt Baba-Kopf. Das ist natürlich Bullshit, so wird das auch nichts. Jetzt stellt euch mal so ein paar Punkte aufzählen, woran das liegen kann. Einerseits, wenn ihr zum Beispiel einen Tag davor White Cake geraucht habt oder sowas, also etwas Cremiges in eurem Schlauch, dann wird einen Tag später die Wassermelone ganz eklig schmecken. Warum? Weil dieser Tabak vom Vorher noch hier in diesem Schlauch ist, in der Shisha ist, im Kopf ist und so weiter. Natürlich könnt ihr das waschen, aber so ein bisschen bleibt immer noch drin. Vor allem, wenn ihr oft verschiedene Sachen raucht habt, also sehr starke unterschiedliche Sorten, so cremig, fruchtig und so weiter. Da empfehle ich euch immer, extra Schlauch zu nehmen oder komplett extra neues Setup. Natürlich könnt ihr das mit waschen ein bisschen abhelfen leisten, aber generell schmeckt das dann immer so ein bisschen mit Nachgeschmack dabei. Und wenn aber ein Kopf verbrannt schmeckt, dann müsst ihr wieder zurück auf Setup teilgehen und schauen, wie ihr den Kopf baut. Denn wenn ihr ihn zu hoch baut, zu viel Hitze gebt, dann schmeckt der Tisch verbrannt. Also ganz simpel, wenn er verbrannt schmeckt, gebt ihm weniger Hitze. Oder baue mal ein bisschen den Kopf anders, baue ihn tiefer, mache ihn nicht so nah an deinem Kamin oder an deinem Kalout und so weiter. Also verbrannt kann nur an der Hitze liegen, weil ihr einfach zu viel Hitze gebt. Also gebt ihm ein bisschen weniger. Wenn ihr sagt, der Kopf schmeckt nicht, dann liegt das entweder am Tabak, weil er euch persönlich nicht schmeckt, oder wenn ihr sagt, in der Shisha-Bar schmeckt es aber besser, zum Beispiel die Traubeminze, hört man sehr oft, schmeckt die Shisha-Bars besser als bei dir zu Hause. Da liegt es aber auch daran, dass in Shisha-Bars extra Pfeifen genommen werden, die nur Traubeminze drin hatten. Und das merkt man auf jeden Fall im Unterschied. Wenn der Schlauch und der Kopf und die Shisha nur Traubeminze drin geraucht wird, dann wird das wirklich intensiver mit Traubeminze. Wenn ihr viele verschiedene Sachen raucht und sagt, es schmeckt etwas nicht, dann probiert auch mal ein bisschen am Setup zu arbeiten. Oder was auch sehr viele vernachlässigen, ist der Kaminaufsatz. Der ist oft so dreckig von innen mittlerweile, von den ganzen Köpfen und so voller Ruß, dass der Geschmack ein bisschen dadurch verfälscht wird oder einfach eklig wird. Deswegen einfach mal den Kaminaufsatz komplett wechseln, erneuern oder mit einer Bürste mal komplett durchschrubben, damit der ganze Ruß rausfällt. Dasselbe gilt für euren Silikonschlauch und für euer Mundstück. Teilweise auch den Dichtungen. Also probiert mal so ein bisschen das Setup zu erneuern, ein bisschen wieder aufzuwerten und sauber zu machen. Denn generell, dass ein Tabak nicht schmeckt, kann eigentlich nur am Tabak selbst liegen, weil er euch einfach nicht schmeckt. Aber wenn ein Tabak eigentlich sehr gut sein soll und ihr ihn einfach nicht richtig gebaut bekommt, dann ändert ein bisschen am Setup, ändert ein bisschen an eurem Ausstattung, also am Kopfbau und so weiter. Dann sollte das Ganze eigentlich auch klappen. Kommen wir zum letzten Problem auf Platz Nummer 1 und das ist wohl das Problem oder die Frage, die am allermeisten gestellt wird und das ist, meine Shisha raucht nicht. Es entsteht nicht genug Rauch. Das liegt eigentlich immer nur am Kopfbau. So wie vieles andere auch. Das liegt meistens nur am Kopfbau. Nicht an der Pfeife. Ihr könnt mir jetzt eine Kiosk-Pfeife hier hinstellen, ich würde euch trotzdem Rauchwolken daraus kriegen können. Das liegt immer nur an hier oben. Wie ich vorhin schon gesagt habe, am Kopfbau selber. Wenn ihr mehr Rauch wollt, gilt allgemein die Regel, braucht ihr mehr Hitze. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Kohlen noch ein bisschen enger mache und jetzt kräftiger daran ziehe, auch wenn es natürlich viel mit Licht und Wand und Hintergrund zu tun hat, aber ich denke, man wird es trotzdem sehen. Dann raucht das natürlich viel mehr. Da entstehen viel mehr Rauchwolken. Einfach nur, weil die Kohle nähergelegt wurde. Aber ihr müsst das perfekte Verhältnis finden, weil wenn ihr es dann zu viel macht, kann es natürlich verbrannt schmecken. Das heißt, ihr müsst diese goldene Mitte einfach finden, damit ihr mehr Rauch bekommt. Aber mit dem richtigen Kopfbau und mit dem richtigen Abstand zur Kohle, zum Aufsatz und so weiter, kriegt ihr sehr viel Rauch hin. Natürlich auch mit dem richtigen Tabak. Es gibt Tabakmarken, die sind auch relativ trocken. Das liegt aber nicht daran, weil sie komplett gut eingezogen sind. Nein, weil einfach nur wenig Kitzerinfleisch drin ist, schon alt ist, wie ich auch schon vorher gesagt habe, oder einfach offen stand. Dann kann er einfach schlechter rauchen. Aber allgemein gilt, ihr wollt mehr Rauch, gebt ihm mehr Hitze. Es gibt so extra Molamixflaschen, die wir auch im Stock verkaufen. Da könnt ihr ein paar Tropfen auf den Tabak machen. Dadurch kannst du ein bisschen mehr rauchen. Aber wenn ihr zu viel Kitzerin reingebt, geht Geschmack ein bisschen verloren. Deshalb braucht ihr immer diese goldene Mitte. Und mit genug Hitze und ein paar kräftigen Zügen, bekommt ihr eigentlich sehr, sehr gute Rauchwolken. Also, dass ein Tabak nicht raucht wegen der Pfeifen und so, gehört da ganz schön drauf. Ändert euren Kopfbau, macht ein bisschen mehr Kohle drauf, ändert euer Setup ein bisschen. Und dann wird es bei euch genauso gut rauchen, wie bei allen anderen, wo ihr immer im Video seht oder im Streaming seht. Und bei denen so viel Rauch entsteht, bei euch nicht. Probiert es mal so aus, dann wird es bei euch genauso gut sein, wie bei den anderen auch. So Freunde, das war es von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich denke, da ist für jeden was dabei gewesen. Egal ob Anfänger oder Profi. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie mir gerne. Ansonsten würde ich mich natürlich über einen Like freuen, einen Kommentar. Und lasst ganz wichtig im Kanal ein Abo da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Aussi. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.